Ein Vogel, eine Minute. Mein Name ist wie immer Kalle von Ornithologie für Anfänger und heute möchte ich Ihnen den häufigsten Specht im Garten vorstellen. Die Rede ist vom Buntspecht, der mit seinem kontrastreichen Gefieder sehr schnell auffällt. Der etwa amselgroße Specht hat einen kräftigen Schnabel, schwarz-weiße Flügel und einen tiefroten Steiß. Das Weibchen hat kein Rot am Kopf, das Männchen hat einen roten Scheitelfleck. Die Jungvögel haben sogar einen komplett roten Scheitel und lassen sich am besten durch den schwarzen Zügel bis zum Schnabel vom ähnlichen Mittelspecht unterscheiden. Die schönen Spechte bewohnen Wälder aller Art, Parks und sogar Gärten. Sie fühlen sich mit sehr viel Totholz besonders wohl, wo sie dann ausreichend Nahrung finden. Buntspechte ernähren sich von Insekten und deren Larven, die sie im Totholz finden. Außerdem stehen auch Fichten- und Kiefernsamen, Haselnüsse sowie gelegentlich Eier und Jungvögel anderer Arten auf dem Speiseplan. Am häufigsten hört man den kurzen Kicksruf des Buntspechts. Bekannter als dieser ist jedoch sein kurzes, schnelles Trommeln. Das war es auch schon wieder zum Buntspecht. Im Dezember erfahren Sie mehr über die Schwanzmeise.